Hallo, bei der vielleicht letzten Folge von FAIR 3. Mal gucken. Es könnte sein, dass heute alles endet. Wir hören uns mal diese Zwischensequenz an. Ich bin gespannt. Das ist keine Zwischensequenz. Ich habe auch keine Waffe gerade. Ja, nö, ich habe aber eine. Zur Not, ne? Ich habe aber nichts. Ich kann mit meiner Hand so rumblubbern. Gut. Finde einen Weg dadurch. Ja gut, das können wir aber, ne? Warum stehe ich nicht in den Hubschrauber links ein? Weil der böse ist. Ah, ich sie. Warum wird die Kamera wieder so füch? Ja, weil jetzt irgendeine Scheiße passiert gleich. Siehste? Hier ist ein Bein. Jo, ich moin. Das kann ich aber nicht mitnehmen, leider. Guck mal, da ist ein Seelenband. Hallo? Da ist jemand hochgekrabbelt. Ist gar kein Seelenband. Ja gut, kommen wir hier raus? Nee. Und hier wieder rein. Ich gehe jetzt mal in den Kinderwagen durch die Gegend. Macht man so auch im Zug? Der ist wohl possessed. Wer denn? Der Koffer oder bewegt er sich bei dir nicht? Oh. Nö. Bei mir hat er sich bewegt. Da kommt was. Das gründet mich gerade ein bisschen an Battlefield. Tschüss. Gelichte Waffe übrigens. Da ist gerade hinter dir was hochgesprungen. Hast du verpasst. Oh. Aber auch schön. Du hast gerade weggeguckt. Wir können hier so raus. Ich kann auch hier so cool rüberspringen und beide sterben. Aber was ist denn das für eine Scheiße hier? Lass doch mal dies. Da sind alle geschossen drin. Ja und dies wegnehmen ist auch nichts. Für mich. Wie dies wegnehmen? Ja der hat so einen Typ weggenommen einfach. Ach so. Ja. Was war das denn? Ja da ist einer weggeflogen gerade. Eingreif Truppe Whisky ist bestimmt die am wenigsten erfolgreiche in der ganzen Aktion hier. Eingreif Truppe Whisky. Ja. Aber wer es nicht weiß ist es NATO Alphabet. Das ist schon korrekt so. Lass das mal sein. Ja. Ist das auch wieder. Das möchte ich jetzt mal anmerken. Ja. Eine blöde Spielstelle. Nein wie super. Also weißt du wie ich meine. Ja sicher. Hier passiert gerade einfach überhaupt gar nichts. Es ist schweidelangweilig. Jupp. Hier blitzt was. Und es bringt keinem irgendwas. Ne ich weiß auch nicht. Wow. Die ganze Zeit fusseln hier irgendwelche komischen Flieger durch die Gegend. Das war ich. Ah da ist so ein Brenner auch. Der Hubschrauber geht jetzt down. Guck mal kann ich mir Zeitlupe machen. Ja das ist cool. Das ist schon ein bisschen cool. Hau. Na ja. Kein Problem für mich. Na gut. Kriege ich einfach mal so ein Hubschrauber an den Kopf. Kein Problem. Ja und jetzt. Matthias ist das blöd. Hier hoch doch. Ah. Bestimmt ja. Das offensichtliche Fuck you Treppenweg System. Es ist einfach so langweilig. Aua. Und erlasse dich so nahe Teil. So Freunde. Es ist hier Feierabend nämlich auch. Los mit übergestern. Ich hab gesagt Feierabend. Ausstempeln. Ich stehe in deinen Hoden. Das mag ich sowas. Ja. Hab ich wirklich gemacht. Und jetzt? Glaubst mir nicht ne? Doch doch. Ah da kriegst du ein Kind? Ja. Darum geht's. Das war doch der Weg. Wo müssen wir denn lang? Weiß ja. Ich hab mir hier erstmal Schrotflinte ein. Ist hier irgendwo ein offensichtlicher Fuck you way oder so? Naja hier ist es. Oder nicht. Hier doch bestimmt oder? Ja wahrscheinlich. Dann da wieder rein. So. Ja. Oh ja. Die Hälfte meiner HP weggezogen. Jawohl. Kein Problem. Für. Mein Körper platzt auch gleich. Ja warte ich mal hin. Flitsch. Ja. Mach mal. Hallo. Hast du dich nicht erschreckt? Das war doch voll der Schockmoment. Tatsächlich. Tatsächlich hab ich mich nicht erschreckt. Du bist auch weniger schreckhaft geworden. Ja. Das ist ja auch albern hier gerade. Oh nein. Das ist ja auch so ein bisschen schwer, das wäre ein Koffer. Das sind die sogenannten Koffermenschen. Da fliegt irgendwas schwarzes aus dem Zug und dich halt da oben schon krabbeln sehen. Scheint in ein Westen lässt gestochen. Ha ha ha. Die kann ich nicht hochnehmen, das ist gemein. Doch, hast du doch gerade. Ja, aber ich kann sie nicht einnehmen. Ja man muss auch nicht alles können. Finde ich schon. Oh, ist das blöd ey. Nein, nein. Das ist sehr gut. Du unterschätzt es einfach. Das ist die größte Zeitverschwendung überhaupt im Spiel. Wirklich. Nein, nein. Doch. Mein Sweeper Expert Mode wäre noch sinnvoller. Ja. Das ist auch herausfordernd. Finde ich. Ja, man muss ja auch erstmal verstehen, was die Zahlen heißen. Ja nein, das ist ja selbst dann ist es trotzdem nicht einfach. Du kannst ja nicht einfach drauf losklicken. Aber nichts anderes machen wir hier gerade. Also von daher. Boah, ist das blöd ey. Jop. Das ist so richtig. Das ist so. Komm. So. Ja oh, jetzt dreht er sich. Ach, hier ist noch einer. Hallo. Das sind drei, aber mach nix. Weißt du, das ist so dumm. Die spawnen ja einfach voll viele Gegner. Und das ist aber auch nicht schwer. Weißt du, wie ich meine? Das ist halt voll dumm. Nein, nein. Das ist wie diese andere Szene. Weißt du, wo die da immer mehr von diesen komischen Superanzugtypen gespawnt haben. So, jetzt waren es zwei, haha, jetzt kommen drei. Ja, einfach nur um das Spiel noch fünf Minuten länger zu ziehen. Irgendwie, weil denen die Story ausgegangen ist. Das ist blöd ey. Aber der andere Homie, wo ich das Video gesehen habe, weswegen ich weiß, dass es hier jetzt bald Ende ist, der fand das Spiel super. Der hatte richtig Spaß daran. Und der hat das auch noch alleine gespielt. Ja, der hat wahrscheinlich einfach keine Ahnung vom PC-Spiel. So. Na, komm. Ganz ehrlich. Ja, wahrscheinlich. Da hinten ist eine Leiter-Treppengeschichte. Aber da kommen wir auch nicht hin. Ja, da waren wir ja. Ah, vielleicht so 17, 18. Ja, siehste. Ja, sicher. Also ich bitte dich. Das ist jetzt kein Problem mit der Altersstufe an sich. Aber, weißt du, das ist halt genau auch die Zielgruppe von Call of Duty und so. Weißt du? Ja. Das ist halt voll so deren Ding und umgeballere. Und, weißt du, das ist meine... Mein Sound ist ja klar, so. Ja, kannst du das bitte mal anders machen? Nee, kann ich nicht, weil ich höre sonst nichts. Jetzt ist mir egal. Du musst ja auch nur erst mal gucken. Ja, aber wenn ich's doch nichts hör, kann ich auch nichts erschießen. Ah, jetzt geht's wieder, hoffe ich. Äh, ja, ich bin doch schon... Meine Güte. Musst mich gleich auch hier... Also, ne? Naja, jedenfalls, meine These ist einfach, dass... Das Spiel scheiße ist. Nein, dass der das einfach nicht, und das meine ich gar nicht mal mit Böse, aufgrund seines Alters überhaupt nicht beurteilen kann, ob dieses Spiel gut oder schlecht ist. Da hast du sogar recht. Weißt du, der denkt, oh geil, ich kann sinnlos rumballern, da platzen Leute, oh, das soll creepy und gruselig sein, find ich toll. An alle 18-jährigen Zuschauer, Flo findet euch komplett kacke. Alle. So. Wie ihr da seid. Oh, hier ist wieder so ein Homie auch, ja, komm, mhm. Fresst scheiße, ihr Wichser, ehrlich. Irgendwas habe ich kaputt gemacht, glaube ich. Das hast du gut gemacht. Ja, das weiß ich nicht, aber ist mir auch egal eigentlich. Ich habe ja auch nur schon 200... Ja. 245 Schuss in den Reihen geschossen, bis meine Plämpfe leer war. Ich fand's gut von mir auch. Dahinten ist das so ein Homie, komm, ah, es nervt. Ja, es ist doch so, weißt du, immer dieselbe Scheiße. Die Gegnerarten sind auch sehr... Langweilig, ja. Variabel. Ach so, wollte ich sagen. Ja. Sehr aufregend gemacht. Spannend. Ein Feuerwerk der Emotionen. Ein Feuerwerk der Volksmusik. Ich meine, bisher haben wir ja schon vieles an Gegendern gesehen, ne? Zombies, so Typen hier. Ja. Ich habe schon wieder keine Muni mehr, komm. Kann das Spiel jetzt bald zu Ende sein, bitte? Das wäre voll nett. Da steht übrigens noch so ein Kampfroboter, ne? Ich weiß. Ja, ja, aber ich habe gerade keine... Ich würde mich wundern, wenn der uns jetzt nicht gleich noch total sinnlos angreift. Nein, nein. Das kann ja gar nicht, gar nicht. Ich weiß nicht, ob es auffällt, aber wir sind so ein bisschen zynisch mittlerweile. Was das Spiel angeht. Komm, Hals, Maul. Wer ist damit? Fällst du aufs Gesicht? Ich bin aufs Gesicht gefallen! Komm her, komm her, ich messe dich. Ha, ha, in Zeitlupe. Da haben die gerade in Zeitlupe in die Schnauze geschossen. Und? Was findest du das? Meine Ahnung. Das ist ein scheiß Spiel. Das interessiert mich gar nicht. Ja, das ist doch aber so ein blauer Homie. Der kann das ab. Ja, ja, der is und so. Ich weiß. Jetzt verreck halt, komm, Alter. Ohne Scheiß. Das heißt dann so ein bisschen äh und öh und äh und dann geht das bei ihm wieder. So, der is auch tot, der Spaß da hinten. Komm, kannst du aufhören zu ballern, du Piss-Wixer? Ehrlich. So, in Zeitlupe mit der Schrotflinte aus nächster Nähe. Das war ein cooler Move. Das habe ich auch einfach nur gemacht, damit ich wenigstens ein bisschen Spaß habe. Kann ich den Roboter vielleicht nehmen, einfach. Vielleicht kann ich ihn nehmen. Also, ich komm noch nicht rein. Da nicht rüber, über den Zaun auch. Oh. Kann ich jetzt in Deckung gehen, aber. Nee, das wird nichts, ne? Nee, warte mal, wo führten das Kabel hin? Das führt rein. Ja. Ja, hier. Hier, guck. Sheets are down. Oh, hier ist ein Seenband. Ja, nimm das doch mal mit. Was passiert hier draußen jetzt? Jetzt kannst du den Roboter steigen. Ah, ja. Das ist jetzt einfacher gemacht und schneller. Aber na ja. Komm ich da jetzt rein? Jetzt wahrscheinlich gar nicht mehr. Ah, doch, so. Von hinten. Ich darf nicht. Nee, nee. Du hast ja den letzten schon gefahren. Du solltest übrigens auch ein bisschen... Ja. Ach, jetzt muss ich hier über den kleinen Seitenstreifen gehen, oder was? Ja, wahrscheinlich geht das nicht. Nee, wo muss ich denn jetzt lang? Ja, wir müssen hier lang. Da ist gerade ein Schrank aufgegangen. Das ist schon richtig alles. Wo? Wo, 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 wo? Ich bräuchte dich hier. Ja, ich bin nicht so schnell. Das Bildschirm ist schon ganz schwarz, weil ich zu weit weg bin von hier. Ja, so. Freuze, scheiße. Jetzt kommt der Homie auch noch hier am Start. Ach so. Hahaha. Motherfuckers. da 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 noch fragen kitzle und schon ist das spiel wenigstens so mittel lustig ja wenn man overpowered ist es macht ja auch wenigstens spaß aha kann man auch fliegen an ich kann auch den boden wackeln da freue ich mich aber da platzt mir der arsche freundlich rechte maus das und mittlere ist haum was weiß ich hier ist ein schild steuerung ist ein schild aktivieren gucken wir da jetzt werden nämlich raketen vielleicht gar nicht so unpraktisch ach quatsch so irgendwas gedrückt aber was weiß du nicht so genau ja ja ist doch ganz klar die raketen ja die die granaten ist das blöd nein nein anstatt einfach unter unter zwei einem noch eine zweite waffen belegung zu geben weißt du nein nein du brennst auch schon ein wenig ja ich habe auch nur noch 14 ap kommt mir auf zu heulen ist ja furchtbar weißt du soll das irgendwie creepy sein das ist für mich so nee hör auf zu schreien ich habe keinen bock mir die ein gebrüll anzuhören du blöde punze noch so einer grüß dich alles gut bei dir da weißt du wie viel ne ist klar 17 raketen das interessiert mich überhaupt nicht ich glaube einfach weil es ist doch so ah man warum sind das auch nur die kleinen power aber ja es ist so bescheuert und jetzt müssen wir die gleich zum fuß machen wo hole ich die raketen eigentlich her sag mal jetzt siehst du dir wie man das so macht ausmarsch ich habe wieder full hp warum auch immer ja ich bin klein was macht bei den dingern auch nichts tolle karte steht aber noch ja komischerweise steht sie jetzt wieder da bist du auf auf mich zu sniper du wixer jetzt mal ohne scheiße fühlt sich nämlich auf auch so hier wieder rein script sequenz script sequenz jahle du sollst ihn noch haben und dann ist er kurz kaputt und jetzt raus wieder rein wahrscheinlich was das ist scheiße ist das bald vorbei hier kommt jetzt noch mal von wo kommt das eigentlich von sauer ins auge das ist einmal war die da kommt auch noch so gut hier guck mal sagt sagt hier ist raketen spinner noch mal das klein viel kaputt hier an der seite ich bin überhitzt und bis halt eine granate ins gesicht macht mir auch nichts tief ja du hast spaß ne ja guck mal die also ganz ehrlich ja das spiel hätte gut sein können ja aber diese szene hier alleine schon die dauert viel 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 zu lange richtig was ich meine das dauert einfach viel zu lange wie alles bei dem spiel bisher und wenn du überlegst wir sind jetzt bei folge müsste mindestens doppelt oder dreifach so schnell funktionieren ja und das schwimmen ist halt wir sind irgendwie bei folge ich weiß es gar nicht genau 15 oder so und es ist halt schon vorbei obwohl die so sauviel gestreckt haben das war ja die ganze zeit so und das ist halt so ne ja fuck wir haben nur material für eine dreiviertel stunde spiel ja aber macht vier stunden draus ja das interessiert auch kein jetzt wird es wieder schwarz bin ich wieder kein roboter mehr warum auch immer wahrscheinlich muss ich hier auch gleich aussteigen weil die sequenz einfach vorbei ich kann jetzt wieder einsteigen ich habe kein ich habe keinen körper mehr alles klar aha weil ich das auch ändern kann ja genau da laufe ich dir halt hinterher ich meine das macht ja doch mehr spaß so mache ich ja gar nichts mehr ja da kann ich jetzt richtig viel machen ja dass die raketen auch noch heatseeking sind ohne scheiß ich habe den hubschrauber fast runter geholt mit meinem mit meinem handschuss ja hast du das team ist okay das spiel hat sich gerade selbst übertroffen weiß es 60 granaten aber fünf schuss außerhand kein problem da sind schneider gewehre ich bin gelevelt jetzt regeneriert sich schneller ich bin leer weil ich darf nicht und hol dir auch so ein gut hier habe ich doch schon doch geil da kommen zwei leute auf die zu weise einer in so einer riesigen power armor und der andere in so einem ganz normalen zu fuß soldat der typ mit dem sniper schießt auf die power armor und der typ im raketenwerfer auf den typ der zu fuß unterwegs ist ja da ist wieder eine natürlich wenn man schnell bevor denn ja ist schon zu spät das haben wir nicht mehr als auch rennen da ist ihr klar ich weiß und da schaffst du doch ich bin drin ja jetzt geht's auch jetzt so dumm und jetzt einer hier wahrscheinlich muss das mal weil sonst bin ich wieder leer ja ich gucke mal was hier los ist muss hier drin eben kurz ja ich sehe das bin gleich da ja ja ich schieße lange auf einmal das vagina und da bekeh und hier die aber das spiel einem schon sagt nachladen man hat mich zu sagen ich nachladen muss ich habe da irgendeinen hebel gezogen passiert jetzt auch was ja ja die brücke ist auf da guck mal hier ist wieder so ein power armor wechseln tankfahrzeugs geschüttelt alter spiel wir haben die panzer in die luft gejagt mit den leuten drin und die leute kommen raus einfach so kein problem für uns ist das dumm das wird halt auch nicht spannender überhaupt nicht die die szene gibt jetzt sechs minuten und sie ist fünf minuten zu lang aber noch so einer klar hier kommt wirklich dort zu einer wie wir sind ja das jetzt der boss ja hoffentlich warum auch immer mein schild weniger lange hält als sein weil es ein computer ist das ging jetzt schnell ja komm einmal wer wissen ja hoffentlich sind wir fast da das ist kein herrung schafft das ist kein herrung schafft kreuzweise ärger das riechen ärger bin ich froh wenn ich gleich mein chili essen kann bin ich froh wenn ich dieses spiel von meiner festblatt installieren kann nur ehrlich was ist das jetzt so geht die power aber kaputt ach was gut you so scary alter kann sein dass die grafik einfach mal gerade so keine ahnung 800 mal 600 runter gefahren ist ja die hatten an der stelle kein geld mehr für renner sequenzen dann war schon vorbei was macht er jetzt da was okay wir haben noch eine mission ich mag nicht mehr ist das blöd jetzt bitte ausmachen ich würde es gerne machen ja dann du kannst ja aber ich hoffe es hat euch spaß gemacht du kannst ja aber noch nicht mal deinstallieren wir müssen ja noch ja dann bis zum nächsten mal wenn es heißt 4 3 ja ahhh america fuck yeah ja 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 ja